kurzen cut machen weil es ekelhaft fünf stunden zu rendern sind ich bin mal schon noch zwei ich freue mich ich bin ein drogen dealer du hast dich aber nichts zu freuen drogen fieber ist wie war ja schon insgesamt 27 immer was gedacht nein er hat nein er hat was für mich frei gemacht ich glaube es nicht ist aber heute immer noch nicht fertig macht er nichts erst mal provisorisch für dich du hosen scheiße neufig ist er zugeflogen das kann man reden oder was gerade ausgemacht nein ich brauche ganz viele strengs jetzt ich glaube das ist potenziell wichtig hier für mich naja ich hab ja jetzt schon einer der bei mir oder in den videos kann mir einen kommentar schreibt ja irgendwas kurzes und dann link mit drin sein haut wo du dich gleich abonnieren kannst durch wie heißt er ich habe schon ein blockiert hätte sauber will gemacht schon so viele leute blockiert weil sie mir um den zack ging nach der sauber bis jetzt nur zwei mal gemacht garlik einfach schön die felder einfach komplett abwehren das ist wie potatos und kaffee 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 nein 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 das ist auch preis nein peanuts haben wir da hinten auf jeden fall das weiß ich weißt du weißt du weißt du weißt du cabbage gurken brokkoli äh ich klafft kein mensch macht brokkoli kein mensch macht brokkoli oder ist das so nein mann welcher mensch ist freiwillig brokkoli welcher mensch ist freiwillig brokkoli ich esse brokkoli äh ich hatte mal brokkoli das war aber das weißt du warum ich brokkoli gegessen habe ja weil da einfach super viel sauce hollandaise das ist wie man kann alles mit man kann alles so backen das schmeckt immer man kann alles mit ketchup essen das schmeckt immer und man kann alles mit so soll das essen das schmeckt immer naja was denn naja warum naja nicht wirklich ne klar nein nein doch nein doch 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 nein doch doch nein doch vertrauen mir als maul jetzt frage ich ob man mushrooms irgendwie anpflanzen konnte musst du in der welle gucken da wachsen aber auch ab und zu viel zu ne ich brauche white mushrooms ja trotzdem die konnte man irgendwie anpflanzen in der welle kannst du die anpflanzen mhm naja es ging auch auf dieser erde hundertprozentig white mushroom white mushroom white mushroom spore ach das in der erbe gibt mich hier dieses ding hier dieser durchgang weißt du jau jau bell ruhig miau das macht immer gut für die hüpfen nicht schön und das ist der dubstep und behindert sie weiten marshrooms kann so sorgen pflanzen muss als spore ja ja was mache ich denn gerade hier ich baller da gern kompost auf wie bekloppt jetzt kann ich was mit white mushroom zu herstellen kann veggie straps das ist auch so ein geiles essen was dim sum echt viel gelbe keulen gibt so gar ganz viel gelbe oh mein ohr ist auf rechten seite ist das so komisch weiß ja auch nicht so es rauscht halt immer noch das ist der sound weg wenn das knackt weiß ich auch nicht glaube ich damals zu viel reingeschrien das ist mal gar nicht schlecht hier hätten war asia reis es gibt asia reis pflanze alles klar was ist das ist da gibt es als ob das keine rassisten sind überhaupt ab geht es wieder zu meinen freunden ja die vermissen mich schon die wollen ihre everwals wieder los werden ob man dich vermisst naja doch doch mich vermisst man immer was willst du denn ohne mich machen willst du noch mit deinem lieblings freund weißer streifen punkt de weißer streifen nach unten und er ist sogar faden ja weißer faden unten nicht kommen wir waren die besten freunde jetzt sagt nicht nein nein doch ihr wart es ihr wart uns zerträglich was sollt man haben vergessen das klappt was für dich jetzt war die aussage falsch die war genau richtig ist aber nur behindert ihr seid die besten freunde best friends for ever nicht okay dachte ich jetzt warum nicht so so wenn zu denken das kannst du nicht du kleine hässliche ratte soll das hallo sehr zu ich muss zu meinen drogen dealern jetzt ist keiner beim bett ne zu hinsatz mitgenommen wir waren ja irgendwann eine tasche aber gerade egal ist er mitgekommen oder nicht warum ist jetzt die mitgekommen wo ich da eben schon war schon alle getötet meine freunde was knapp komm lass ich mal wieder rein hier in eure gemütliche hütte komm ich spendier mal eine runde licht vorne am eingang so du warst der maschrum typ nicht nicht du kannst erst mal freuen soll der wolle menschen kann sich auch freuen ich habe zweimal wollte für dich mitgebracht natürlich hatte ich schon durch für dich habe ich nichts mehr zum wiege weg peanut butter jelly time peanut butter jelly so engel wollte noch hat die sien haben du als wort der nächste tomaten hier egal marten kTION papaya baum zwei stück pipa papaya baum wir sterben alle zombies hier drumherum ich höre es gerade kangaloop haben wir glaube ich auch kanter loop ok du willst weiter nicht mehr trainen alles klar du willst noch mal tomaten ausgeben walnussbaum egal ich habe zwei neue bäume und du bist auch zu ende okay wir wollen jetzt so okay hol ich kann da noch und tomaten ich komme gleich wieder meine freunde leunde leunde für immer für ewig das gab noch mal 21 immer mehr jetzt ich bin ein reicher immer mehr 48 mehr als diamanten ich habe ich hätte auch mehr bäume von dennoch mitnehmen können dann nehme ich auch noch mal kommen nehmen wir noch mal drei extra bäume davon mit freunde kommen wir tauschen noch mehr nicht ihr wollt nicht raus doch wollen die wollen die immer so welcher bau fehlt mir noch fehlt jetzt noch der grapefruit baum wer hat denn den grapefruit baum starfrucht baum das sind wir denn in der ecke musst du gucken wer den hat papaya baum und nussbaum oh du traust drei emmeln gegen feuer zeug ok hm 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 hm